Okay, heute das 10-Fakten-Video über mich, damit Sie mich besser kennen und schätzen lernen können. Als ich geboren wurde, war ich noch sehr, sehr jung. 1981 in Berlin. Zwei Dinge, die ich am liebsten tue. A. meinen Kindern die Welt erklären und B. ihnen vorzustellen, wie man Bankkarten und Bankkonten noch optimaler nutzen kann. Wie viele Kinder ich habe? Momentan sind es drei. Wie viele Bankkonten ich habe? Es sind weniger geworden. Die Zugangsdaten füllen aber immer noch zwei Leitsordner. Ja, ich habe Auslandskonten. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, habe ich die Antwort extra aufgeschrieben. Ja, ich habe Auslandskonten. Das ist selbstverständlich steuerrechtlich sauber. Man darf nicht einmal alles glauben, was in den Massenmedien kolportiert wird. Ich sammle am liebsten eigene Erfahrungen, bevor ich über ein Bankthema schreibe. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen Finanzportalen. Reisen macht mich zu einem besseren Menschen, da ich durch diese vielen Erfahrungen und Erlebnisse die Welt besser verstehe. Weitestes Reiserland? Australien. Längste Reise? Ein Roadtrip durch die USA. Nächste Reiseländer? Ukraine, Paraguay und Thailand. Natürlich sind immer kurzfristige Änderungen möglich. Was ich nächstes Jahr um diese Zeit mache? Hm, vielleicht ein Live-Event mit Ihnen und vielen anderen Zuschauern und Lesern unseres Spezialportals? Wenn Sie möchten, sind Sie jetzt dran. Posten Sie Ihre Frage zu mir oder zum Spezialportal direkt unter diesem Clip. Wahrscheinlich werde ich nicht alle Fragen beantworten oder beantworten können. Definitiv wird es aber ein Videoclip geben mit zehn Zuschauerfragen und den Antworten dazu zusammengefasst. Vielen Dank.